1 ab ab in 1 so und 6 zu einem weiteren Pokorat ja ich hab so gesagt ich hatte bis darauf aber da ist so viel gekommen ich habe ich hatte einen Besuch von Jaren den habe ich dann noch dann sind die beiden daher gekommen und falls jetzt dann noch mehr kommt will ich jetzt nicht zu viel weg hatten denn er ja das legendäre pokémon ist mir auch gerade über den Weg gelaufen und falls mir das noch mal begegnen sollte auf dem Weg darauf will ich das nicht noch mal klappen genau dieses zuweil das Cobalium vor dir erschienen ist oder war es ein Appell an dich das Unheil abzuwenden anderes Ende steht was im Punkt vorgeht kann ich nur raten was sein Absicht war wenn du es schaffen solltest das Cobalium sich dir anschließt als wäre es dir in der Zukunft sicher eine große Hilfe genau und hier hat schon den Meisterball ne äh so guckt man nach ob man den Meisterball hat ha ha äh ich gehe dann zweimal rein ja heute und danke ja vielleicht merkt ich bin etwas erkältet hier ja auch mich hat es erwischt aber ich will trotzdem hier aufnehmen ich hoffe es wird jetzt nicht zu schlimm wo sind die Punkte keine Bälle ich will ich bin mir zu dämlich oder was ich will aber ich habe keine Bälle mehr oder wie ich habe keine Bälle mehr oder wie Ah hier da super gekennzeichnet echt super Ball super Ball ja das hilft mir mal nicht viel dann sehen wir mal da in die Höhle ach komm ach ja genau ich habe der Schutz soll ich in Weitern einsetzen um Arne las mal vielleicht hätte ich doch einschätzen sollen aber ich glaube ich habe nur noch einen und den hebe ich mir auf mach hier ein paar mal flug sollte er auch ziemlich wirksam sein hier jetzt kurz vom Rad absteigen damit man hier keinen Fehler baut ja hier wieder ging ein Wattzopf da verhindert den Verzehr von WM das so ein Klick ich glaube das kann ich mit Kraftwelle wurden Martin ja das ist sehr wichtig nicht so wird vom Radar steigen hier das runter wieder aufsteigen und wieder ein Pokémon begegnen Alter es ist doch nicht normal gibt es keine anderen Pokémon Wachzapf und einmal Klick und habt ihr unten endlich die Brücke repariert danke die Elektrolyte Höhle ich liebe den Norden zu einem bisschen zu erinnern dass die elektrische Phänomene hier mit der Tartel Formel beschrieben lassen freilassen in der Höhle zu dem Bruder zu den Menschen zu den Pokémon für mich ist das der Ideale oder die Mauer aufbrechen und die Mauer zu retten die Mauer der ganzen Tag ein Ende bereiten um eine Formel zu schützen what the fuck wer war das ich war nicht okay ein wildesematik ein wildes wasser Flersal sein okay komm nicht schon wieder lass mich einfach weg hey hey trainer zerstörerische kraft auf jeden drei pokémon woran war aber wenn drei er kommt das gefällt mir schon mehr das einmal kraft will er gegen klick elektronische aus lobe und einmal wird das er vor so noch nicht kann sehr schön ja okay dann kaltklinge Fasenlob Fasenlob könnte es knapp überleben sie ist zwar auch sehr festiv aber ja mal sehen Kaltklinge müsste nicht täglich sein ob der Park hatte ich in 6 Level stärker das war klar die beiden überlebens und Sander mal gräbt sich ein so überreste das haben wir noch Prozent so zu kiel vor Ort Prozent 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 das ganze zu Ende sein gegen oh Magnus Sohn das war's ja mit Reile stärker und überlebt es nicht aber er ist sechs leute schwächer und überlebt sich ja auch ja Stier da war schon in anderen siegte ja da kommt heute jetzt noch sie so geht es so zu viel was so betrifft wieder nichts um sie wird geht Finta Ja und kurze Pause mein Handy Ah hat nun Reisenden 40 aufgestiegen Na komm da Was ist da? Gar nichts sehr schön Das gefällt mir ein unnötiger Weg Ah verkackt Ja du kannst wieder nicht nur einen Schritt fahren Ich hab's kapiert Geh wieder rauf und probier das nochmal Das ist mir nicht den Zweiten rüber haue Ah danke Magnet gefunden Sehr schön Und ein Kostador Kostador Ach ja Was halt Weg von da Na reicht zudem dann aus Hallo Staudert nicht zu dämlich anwendig runterdrücke Ich hoffe ich hab alles richtig eingestellt und dann nimmt mein Ton jetzt auf Denn das hab ich wieder mal nicht nachgeguckt Aber ich glaube es sollte noch alles voreingestellt sein Vom letzten Mal Da hatte ich ja auch Kokomo aufgenommen Sollte noch nicht anders sein Ich hoffe man hört mich Wenn auch schlecht Ich bin nicht gleich Nicht so gut in Formen Hallo ihr zwei wollte nicht kämpfen Nein du lass mich einfach vorbeifahren Diesen dämlichen Klick wieder in die Arme laufen Ha 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 Doppelkämpfe möchte ich schon gerne bestreiten Tag Tag ich bin Nugget Senior Und ich bin Nugget Junior Wenn das du hier witziger wirst du dich Ein Nugget Na was für ein Zufall Hier von mir bekommst du auch was Riesen Nugget Na was Gut der ist weise Durch die 005 von mir ist da ganz toll Ja Soll es nur ganz herzlich gefunden Sehr schön ich bin mir den eigenen Weg dem ich gerade gehen wollte Daes war schon wieder mal Klugheit vom Feinste Nier hey ein heiler ja ja kämpfe einfach und dann heil mich ja ich hab's gemerkt nicht sehr fiktiv und stärker ich war auf die Beile und Moly Morbo ja nochmal stärker Schade, fast wohl nicht. Schmeicht hier mal an den Eingriff steigt, oder wie? Natürlich bin ich verwirrt. Irgendein Nachteil musste sie haben. Rückzucki, wie übertragend, ja, fake dich. Und ich bin, nein, ich kann mich nicht zentren. Ich wollte schon sagen, ich bin zu blöd zu mal greifen, aber dann doch nicht. Wow, zweimal gegriffen, nicht selbst getroffen. Das muss mit dem Levelaufstieg gefeiert werden. Heile mal meine Pokémon. Sehr schön, danke. Stone was oder ist deine Sackgasse? Ja, schwierig zu sagen. Das könnte jetzt der Weg weiter sein, aber was ist dann unten? Okay, wir werden jetzt zuerst unten längst sehen, was da ist, denn das würde mich jetzt interessieren. Ja, ja. Alter, fahrt dieses Ding nicht nieder. Ich hängte auch bei diesem Magnetenfest, wenn ich mit dem Fahrradfahrer, auch wenn ich ohne Fahrradfahrer... Im Ernst, fünf Schritte. Hallo? Bin ja mit dem Fahrrad unterwegs und nicht mit dem Rollstuhl. Und dann sonst irgendwas. Da ist ein Ausgang. Ne, da ist ein Aufgang. Hi. Finde mysteriöse Erze. Ich werde jetzt feucht, der ich wieder voll über einen Erz drüber. Ich bin ein Pokémon Ranger. Ja. Oh, ein Amt-Voros. Ah, natürlich. Ich bin dagegen effektiv. Römer Kraftfälle. Natürlich. Natürlich. danke dann halt stärke ja verwirrt und paralysiert sonst noch wünsche ja trotzdem angreifen perfekt perfekt und dann trotzdem nicht sterben ja eier die jahre ja natürlich selbst und ab Täter natürlich nicht mehr verwehrt sehr schön und antwort wurde besiegt hier für mich eine maron wäre schön ein unnötigen Weg gefunden zu haben aber schön dass ich hier heruntergegangen bin so habe ich eine neue Mission bekommen und eine neue Ding Ding da ich laufe mal lieber Chili laufen habe ich gesagt wieder selbst im Weg versperrt ich bin beste ja ich würde mal sagen mal laufen kommen nicht zu viele Worte fragt gleich muss sie die Mantor das besitzt sowieso Robustheit werde ich Pokémon wechseln Ademmuraya entsetzt noch eine Wasserattacke denn sie die Mantor sowieso Robustheit nur lebt mit einem Kaffee gleich voll drauf mit Kalklinge so Robustheit und sie die Mantor wirkt diese Fähigkeit kann ich super ausnutzen um Pokémon zu fangen Beutel Bälle Erbrüllen mit Superball 8 Superbälle ein Hyperball muss doch reichen ja CG Mantor war die Gefangenen nein Trennspitznamen ja was dir deine Fügelchen Zwitschern ist mir egal so ich will sagen diesen Kampf noch und dann beenden wir den Part Kraftwelle hier dann da haben wir jetzt nicht gedacht und sind noch Paulus jetzt bin und fast tot aber trotzdem noch besiegt die Wörter schnell noch ein bisschen was heilen Stahlobohr ja Waren wir mal Zorro los jesu kels Volterknecht n n n n n n schmarrer wird nicht sehr effektiv Prozent das Trugbild verschwindet und das ist der Schmarrer zeigt zu vor fast nur bei mir und da will ich die Mauer der Schenke danke Eisen gefunden und damit werde ich den part bänden so abspeichern wie üblich so also bis dann und wiedersehen